Ich wünsche allen Freunden des Wine Hunter und des Meran Wine Festivals einen ganz besonderen Tag. Wir zitieren Meran und es ist Frühlingsbeginn, die Sonne scheint und es ist wirklich ganz ein besonderer Tag. Unsere Herzen erwärmen und wir sind in der Mitte der Berge. Und gerade dieses Spektakel ist etwas Besonderes für das bevorstehende Osterfest, das wir in diesem Sinne mit euch feiern möchten. Und wir sind positiv, wir sind davon überzeugt, dass wir Ende Mai eine Veranstaltung organisieren können, eine Weinveranstaltung, gewidmet den Rosé-Weinen, gewidmet den Weinen aus Kampagnen. Hier werden wir euch noch darüber Bescheid geben. Und in diesem Sinne, für das bevorstehende Osterfest möchte ich eine besondere Message, eine besondere Mitteilung euch übergeben, die noch von einer Persönlichkeit, mit Segevara war es, der sie ausgesprochen hat, dass die Härte dieser Zeiten soll uns nicht die Zärtlichkeit unserer Herzen vergessen lassen. Danke und ein schönes und frohes Osterfest.